Nach den Tests wird man sie vermessen. Ich bin noch gar nicht fertig mit den Tests, also echt. Ah, ich sollte mal was erwähnen. Test kann man 14. Mit dem Kuchen, also am Schluss, wenn wir das geschafft haben, gibt es als Belohnung einen Kuchen. Das ist unsere Aufgabe, den Kuchen sollen wir finden. Oder den bekommen wir dann, wenn wir es geschafft haben. Hier kommt ganz schön viel auf uns zu, können vom Kubus verschlagen werden. Energiekugeln töten uns, wir müssen Energie erzeugen, wir können in giftigem Wasser sterben, sollten nicht davon trinken, sonst sterben wir. Und können Portale benutzen, um uns fortzubewegen. Wir weisen Testpersonen, die gamma-strahlende Hochenergie-Portal-Technologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Toll. Ähm, naja, auf jeden Fall. Mach ich mal da ein Portal hin. Ähm, durch dieses Fortbewegen, also mit der Geschwindigkeit, dass wir die nutzen können, um darüber zu fliegen. Das ist damit gemeint. Ach, haben wir den Kubus, wo hin müssen wir den bringen? Da unten hinlegen. Das ist gut. Da, 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 da. Ja, mit unserer Waffe können wir auch den aufheben. Ja, und jetzt können wir da durch. Was gibt's hier? Hier gibt's Plattformen, die uns nicht gerade freundlich sind, denn sie wollen uns sonst umbringen. Wenn die unten sind, das ist dann gar nicht schön. Ah, eine Energiekugel. Äh, schön. Als erstes werde ich mal hier ein Portal erstellen. Dann gehe ich da rüber. Und Ja, was habe ich da? Ein Orangenes, glaube ich. Dann erstelle ich hier ein Blaues. Ich hoffe zumindest, dass es ein Orangenes war. Verdammt, ich glaube, es war kein Orangenes. Ach doch. So. Wirklich, sehr, gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Ja. Ein Siegeslift. Das ist schön, denn so können wir in den Fahrstuhl, um weiterzukommen. Ja, noch sind die Testkammer wirklich nicht so... Aha. Doch, man muss schon überlegen. Beim ersten Mal habe ich echt bei manchen ganz schön lang gebraucht. Testkammer. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen- und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Äh, okay. Hier, wir können von Elektrokugeln getötet werden, müssen Energie erzeugen, können in giftigem Wasser sterben, sollten nicht davon trinken, sonst sterben wir, und können unsere Portale benutzen, um zum Beispiel da durchzuspringen. Dafür ist zu stimmen erstmal die, äh, Kamera. Wichtiger Testarpa hat zerstört. Und wollen jetzt da durch, ich kann ja da keine Portale machen, da die, wie wir sehen, sofort verschwinden in der Wand hier. Aber wir können durchspringen, das heißt, ich mache hier ein blaues Portal, springe hier durch, springe wieder rein, und dem genügt Geschwindigkeit, um hier durchzuspringen. Machen wir die Kameras kaputt, die auch noch. Hier brauchen wir jetzt diese Kugel und müssen die da reinbringen. Da ist eigentlich die Schwierigkeit, dass wir nicht zwei Portale hier so hinmachen können. Ähm, ja, weil sich die anderen dann auflösen, wenn ich da durchgehe. Mein blaues ist weg. Tja. Ähm, dafür. Ja, was machen wir denn da? Hier ein blaues mal hin. Hier ein orangenes, mal schauen, ob es funktioniert. Ha, hält noch aus. Energie verzeugt. Wunderbar. Und dann können wir den Fahrstuhl benutzen, der uns endlich jetzt freigeben wurde. Und wir können hier durch. Hier wieder ein Energiefeld. Hier eine Kamera. Wichtiger Testapparat zerstört. Da wird auch noch sicheres, äh, irgendwas Besonderes sein. Aha. Wir können hier ranterspringen. Erstmal hier ein Portal. Ah, die Strecke hier ist weit. Und wir können hier keinen Sinn machen. Nur hier. Wir sehen, wenn ich da keinen Sinn mache, will ich nicht. Deshalb brauche ich schon von Haus aus mehr Geschwindigkeit. Es erscheint mir jedenfalls mal so. Nein. Es war jetzt... Also ich muss weiter vorne hin machen. Okay. Okay. Ich kann nicht mal da hinspringen. Ja, wie... Ich treff das nicht. Wunderbar und es ist durchgekommen. Jetzt müssen wir die Kugel da hinlenken. Erstmal müssen wir da drüber kommen. Das heißt, ich mache hier mein Portal hin. Und mache mir da auch noch eins hin. Spring hier rein. Noch einmal und ich bin auf der anderen Seite. Schauen wir uns den Verlauf der Kugel an. Da, dahin, dahin und wieder zurück. Ich mache mal hier ein Portal hin und hier ein Portal. Mh, müsste funktionieren. Knapp, oder? Nein, funktioniert. Wir haben Sturm erzeugt. Und jetzt... Ja, müssen wir hier wieder rauskommen. Ja, wir können hier nicht durchlaufen. Aber so können wir hier durch. Hier müssen wir in die Richtung. Zeigt uns der Pfeil. Aber leider fahren diese Plattformen in die andere Richtung. Und das ist nicht toll. Aber wir können uns ja hier ein Portal hin machen. Können durchschauen, wann die nächste Plattform kommt. Ist auch schon gleich da. Nein, verdammt. Ich wollte sie doch erwischen. Und jetzt muss ich noch da hin. Das heißt, ich mache mir da ein Portal hin. Da ein Portal und dann müsste ich eigentlich da durchkommen. Wunderbar. Geschafft. Durch den Weg. Oh. Hä? Okay. Die Kugel. Oh, diese Testkammer mag ich gar nicht. Erstmal da hin. Der Kugel... Ja, der Test aber da zerstören. Dann... Mach ich mir mal ein orangees Portal hin. Ich muss darüber. Ach ja, was für eine Testkammer. Ach, das stand am Anfang. Stimmt. Ich mache das gerne so. Okay. Orange. Orange. Wunderbar. Jetzt sehen wir, es geht nicht. Ich will hier aber aufmachen. Werde von einer Kugel getötet, was sehr dumm ist. Nein, ich bin gestorben. Ich glaube, zum ersten Mal. Okay. Das Ding kaputt machen. Hier mal ein blaues Portal. Ein orange, das noch blau ist. Ach, verdammt. Wo ist die Kugel gleich hin? Irgendwie habe ich keine Kugel mehr. Seltsam. Jetzt. Jetzt will ich hier aufmachen. Wir sehen aber, es öffnet sich nur das hintere. Hier drüben ist der Schalter fürs vordere. Und nach einer gewissen Zeit gehen die Leine wieder zu. Was machen wir da? Erstmal tue ich das Orangene fliegen lassen. Mache ich mir hier ein Orangenes hin. Hier ein blaues. Ich warte, bis die Kugel hier durch ist. Okay. Na? Gar nicht so toll. Oh, nicht rumfliegen. Komm, geh kaputt, bitte. Und töte mich nicht. Ja, nein.